Eine wunderschöne Frau stirbt und kommt in den Himmel. Dort an der Tür steht der heilige Josef. Sieht die Dame und sagt, die hol ich mir gleich in meine Gruppe. Die kommt auf jeden Fall mal zu mir. Der Petrus bekommt Wind davon, geht zum heiligen Josef, sagt, du Petrus, hör mal zu. Du Josef, hör mal zu, ich Petrus, du, nur Josef. Die kommt schon in meine Gruppe. Jesus bekommt Wind davon, geht zu den beiden und sagt, Burschen, ich bin der Bub vom Chef. Die kommt aber schon in meine Gruppe. Alle drei merken, es ist nicht so ganz gerecht. Also wir würfeln. So, der heilige Josef würfelt zweimal die Fünf. Petrus würfelt zweimal die Sechs. Jesus würfelt zweimal die Sieben. Sagt der Petrus, also wenn es um die Weiber geht, geht er mit dem Arsch mit seinen Wunder.